Hallo meine lieben Gäste, mein Name ist Julia Graf und ich bin Beauty- und Lifestyle-Content-Creator und Influencerin und ich mache mich jetzt gerade auf den Weg nach St. Gallen, denn ich werde dieses Jahr beim WTT Young Leader Award 2018 auftreten als Festrednerin. Aber jetzt gehen wir uns erstmal St. Gallen anschauen. Das ist übrigens unsere neue Bahnverfugung. Wow, das ist mal was richtig Modernes. Ja, aber wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Tolle Perspektiven haben unsere Studierenden auch in der Ostschweiz und darüber hinaus. Die Studierenden, die hier abschließen, die haben sicher eine tolle Zukunft vor sich. Die Textilindustrie hat die St. Gallen Wirtschaft enorm geprägt, mit Qualität und Internationalität. Wow, ist das schön. Das kann ich mir auch echt vorstellen auf einem Abendkleid für einen roten Teppich. Hey, da in St. Gallen Bratwurst ohne Senf. Okay. So meine Lieben, es war ein toller ereignisreicher Tag und ich bin schon ganz gespannt im September wieder hierher zu kommen als Referentin beim WTT Young Leader Award. Bis dann, tschüss! up